Servus Leute, heute habe ich einen Raid für euch auf Customs und die Besonderheit hierbei ist, ich habe auf meinem Zweitaccount neu angefangen und dieser Raid ist vom ersten Tag, als ich Level 7 bin und die Anfangsquest erledige und einfach nur versuche auf Customs ein bisschen zu progressen. Ich war mit der UMP unterwegs, die hat mir ein, zwei Raids vorher jemand netterweise überlassen und ja, ich habe im Crackhaus nach ein paar Sachen gesucht und musste mich dann doch irgendwie verteidigen und dann ging es ganz schön zur Sache. Ich will euch nicht zu viel vorwegnehmen, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens nice to take mich live auf Twitch, twitch.tv slash outsider, würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut, vielleicht ein Follow da lasst, Link unten in der Description oder im ersten Comment und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben und einen Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß mit einem Raid. Jetzt bin ich fertig. So, 206 Oder wie heißt der andere Key Office Key Oh, die brauche ich auch Fun in Red, ne? Warum FMJ und kein AP? Weil ich Level 7 bin Reflex, deswegen Uff Uuhuhuhuhu Hör mal auf hier so rumzupusten Das muss so Teigarbeit, ja? Ja Gehört sich so Eieiei, schöner Doppelkill Achso, ich heile mich ja gerade gar nicht Ich habe ja kein Propital drin Hör mal auf Hör mal auf Ich habe überhaupt keine Schmerzen Wieso tut er jetzt so rum? Achso Weil ich vielleicht noch low war Hör mal auf Ist der Sound irgendwie buggy? Ich würde es nicht hören, wenn einer ankommt. Ei, 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 okay. Hä? Achso. Okay, mach halt diese scheiß Brille weg, das ist doch nicht dein Ernst. Ähm. Ich habe das Gefühl, er kotzt im Strahlen, ne? Okay. 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 All righty, war ich so schlecht? Hätte schlimmer kommen können. Das stimmt, meine Kopfhörer kann man tauschen. Euch fällt immer alles auf. Halt. Gute Rüstung haben wir uns da erschossen. Und alles daneben. Ich hab ihn bloß gehetshottet. Die freuen sich, wetten, die zwei. Oh, okay. Ah. Report ist raus, ja. Aber ich heiße hier, ne? Ich heiße hier Outsider. Vielleicht finden sie auch deswegen meinen Stream. Brauche ich schon einen Brill? Ne, den kann ich später kaufen. Ohne Twitch-Stream, Nick, glaubst du das nicht? Ja, ja. Also als ich noch auf meinem Main-Account mit Outsider gespielt habe, da waren die Leute instant auf meinem Stream. Also Twitch-Stream hin oder her. Ist egal. Früher war es tatsächlich so. Einige treue Viewer, die jetzt immer noch da sind, sind vor... Ich bin tot. Wer ist hier? Ich bin tot, ich bin tot. Sup, dude? Vollgas-Kurdi, danke schön für den Prime im 12. Willkommen zurück in der Abo-Falle, danke für den Supporter, dass dein Prime bei mir lässt. Vielen Dank für den Follower bekommen, deshalb abonnieren, das freut mich. Ich habe vergessen, dass ich keine Painkiller drin hatte, wo ich da runtergesprungen bin, das wäre fast ins Auge gegangen. Hey, Mr. Germany. Okay. Der jammert über den Rücken, ja. Kann ich verstehen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Ammo, ob ich die Max nachkaufen kann. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Die sollte ich mal behalten. Uff. Mach's gut. Hohohoho. Joah. Du mach's gut. Joah. Shit, Alter. Ey, wo soll ich den ganzen Scheiß hinräumen? Jetzt hört er aber auf. Wo soll ich den ganzen Scheiß hinräumen? So was von rasiert, die Jungs. Was hat er denn jetzt schon wieder? Hörst du mal auf, hier rum zu jaulen? Shit. Die will ich eigentlich mitnehmen, ne? Ja. Auchson, vielen Dank für den Follow. Altes Kind. Ja, das ist alles sehr viel Erfahrung. Jeder kriegt am Anfang aufs Maul. Ganz normal. Ich meine, gerade kommen sie auch ein bisschen passend angewackelt. Flips, vielen Dank für den Follower. Willkommen. Nackt er nicht gleich rechts im Gang? Backpack. Ich bin so overweight. Die Gollnik. Ja, let's go. Seht ihr, die kann ich alle weghauen. Die kann ich nicht nachkaufen. Das kann ich auch weghauen. Zack, zack. Das müssen wir denn draußen mitnehmen irgendwie. Hey, Marta. Yo. Wo ist er da? Oh, shit. Altes Kind. Vielen Dank für den Follower. Willkommen. Mal. Mal. Zweiter Account, ja, Mathe. Ey, shit. Au. Okay, das geht. Ich weiß nicht, was heißt mir jetzt, soll ich die Vector mitnehmen oder die UMP? Ich glaube, eher die Vector, ne? Oh, da ist noch ordentlich Platz hier. All right. Gehen wir mal hier. Ja, wir gehen dann langsam. 56 Kilo. Let's go. Oh, boy. Ja, ich gehe wirklich langsam, du hast recht. So. Flip, servus. Wie hast du mich gehört? Ich sag's doch. Leute finden sofort meinen Stream. Gutes Beispiel. Wie habe ich dich gehört? Innen? Ich habe dich gesehen. Ich habe mich außen geheilt und dann habe ich dich beim Wiederhinlaufen gesehen. Okay. Stell ich mir nicht so an. Also, wenn du der Letzte warst. Ich bin mir nicht sicher. Okay. 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 Du warst der Letzte. Ja, ich habe beim Ranlaufen, habe ich dich aus dem Augenwinkel gesehen, dass du da drinnen standest. Na gut, die geht jetzt nicht mehr mit, ne? Und dann wollte ich dich pre-fieren und ja, das Pre-Fire hat gereicht. Den nehmen wir an den Ski-Mag, den brauche ich. Werde für eine Quest kann ich nicht kaufen. Ah, ich weiß es nicht. Doch, kann ich kaufen. Ey, shit. Langsam gehen. Auf jeden Fall. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Old Gas ist offen. Gut, für meine Quests habe ich natürlich überhaupt nichts getan. Aber wir haben ein bisschen Gier eingesammelt. Hoffst du, Big Bait? Ja, ja. Oh, nee. Also, ich dachte schon, da liegt der Kollege hier. Ja. Bitte, bitte, bitte. Ja. Ja. Gut, die Igollnik. Oh Gott. Ich sehe nicht. Der lebt noch. Der Fleisch-Bait-Jab. Oh, come on. Nee, ist eh nicht so gut. Na gut, Leute. Ihr wisst, was kommt. Macht mal Hallo YouTube. Könnte sein, dass der Raid auf YouTube landet. Na, der geht. Trigger-Habby, danke für den Follow. Willkommen. Alle mal Hallo YouTube im Chat. So. Guter Raid? Guter Raid? Ach so, Moment. Wie heißt der? Flips-Twitch-TV heißt Big D in You. Okay. Okay. Klanghafter Name, mein Freund. Klanghafter Name. So. Toll gequestet. Ja, let's go. Machen wir hier einen Marker. Wundervoll. Machen wir hier wieder aus. To get away. To see you again. See you again. Been fighting ways. To get away. To see you again. See you again.